Yo, 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 meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Cengiz44TV. Ich wollte mit euch mal ein bisschen darüber reden, was wir jetzt hier demnächst auf dem Kanal machen, bezüglich GTA ARP. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Maso von Maso Vlogs und meine Wenigkeit, wir zocken jetzt GTA ARP. Ich stream da aktuell auf Twitch. Ich werde auch wahrscheinlich fast täglich demnächst auf Twitch streamen und zwar GTA ARP, ab und zu natürlich auch Just Chatting, wo wir uns normale Videos angucken. Auch zwischendurch immer mal wieder, also keine Ahnung, wenn ich dann einen Tag lang vier Stunden streame oder so, dann machen wir ein bisschen davon Just Chatting und den Rest dann GTA ARP. In GTA ARP hat sich das so entwickelt, dass wir uns ein Format überlegt haben, der Maso und ich. Und wir haben uns überlegt, ey, guck mal, was könnte man am besten machen. Ich war ja die ganze Zeit gegen GTA ARP, weil ich es so cringe fand, in meiner Position irgendwie ein MC zu zocken. Ja, so Motorradclub in GTA ARP so. Fand ich immer ein bisschen cringe. Deswegen habe ich mir jetzt was anderes überlegt, was, glaube ich, ganz geil ist, was auch von dem eigentlichen Kanal, so wie ihr ihn kennt, ja, wegkommt. Ähm, und zwar ist das, äh, ja, so eine Toto und Harry Edition, ja, oder, oder Bad Boys Edition oder so. Das heißt, wir spielen, äh, Cops, ja. Ich habe mir halt gedacht, so, ähm, wir spielen halt, äh, äh, oder wir sind schon dabei, also wir sind jetzt offiziell, äh, bei der Polizei, ja, PD. Und, ähm, wir sind da Officer, mal gucken, wie lange noch, ob wir da nicht was eigenes machen oder wie auch immer, das müssen wir dann schauen. Ähm, vielleicht mache ich auch eine eigene Staatsfraktion auf, sowas wie das DEA oder so, oder so ein FBI abklatscht, das nennt sich dann FIB. Muss mal gucken, da bin ich noch mit den, äh, mit den, äh, Server Admins, muss ich da nochmal quatschen. Ähm, und dann könnten natürlich auch Leute von euch Positionen verdienen, beziehungsweise, sag ich mal, ähm, hätten dann bei der Bewerbung Vorrang, wenn wir das dann da machen. Ähm, Leute aus meiner Community, dass ihr dann eventuell dann auch mit uns zocken kommt und, äh, könnt und dann auch ab und zu mal im Stream auftaucht. Ähm, ich werde gucken, wenn das Ganze dann größer wird oder werden sollte, ähm, werdet ihr auch die Möglichkeit haben, da vielleicht mal an der einen oder anderen Verlosung auf dem Server dann was zu gewinnen, ja. Ja, entweder ein besonderes Auto oder so ein paar Cases, wo man irgendwie, ähm, bestimmte Sachen draus erhalten kann, ja. So Spraydosen für Graffiti an der Wand, so In-Game-Sachen halt einfach, ja. Ähm, das soll eigentlich demnächst, ich habe am liebsten vor, täglich zusätzlich zu jedem anderen Video, was auf diesem Kanal kommt, ein GTA-RP-Video zu bringen, ja. Ähm, um einfach mal zu gucken, wie das so Anklang findet und, äh, ich werde dann diese GTA-RP-Videos bringen und, ähm, ihr braucht aber nicht denken, dass da nichts anderes dann kommt, ja. Also es wird ganz normal den gewohnten Content hier auf dem Kanal weitergeben, äh, dass der GTA-RP-Upload ist einfach nur zusätzlich, ja. Also on top und alles, auf alles, was sonst kommt. Ähm, ansonsten sieht es so aus, dass in letzter Zeit ein bisschen weniger Videos kamen, wie gesagt, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit YouTube, ähm, bezüglich der Monetarisierung der Videos. Das scheint aber jetzt aus der Welt geschafft zu sein, ähm, beziehungsweise hoffe ich das. Ähm, das Problem ist da der Algorithmus, aber, das zu erklären wird den Rahmen sprengen, äh, passiert halt manchmal. Der, äh, Dings, der, äh, Mazdaq hatte dasselbe Problem, ihr wisst, Mois hatte mal eine Zeit lang das Problem, Jean Broke hatte mal dieses Problem, ABK hat dieses Problem auch immer mal wieder. Ähm, die Richtlinien haben sich sehr krass geändert. Ähm, man darf viele Wörter, die man so mal, normalerweise so umgangssprachlich einfach gebraucht, kann man gar nicht, äh, mehr benutzen, ohne sie zu sensieren, ja. Also ein einfaches, ja, ich sag's nicht, sonst muss ich, ich muss es eh piepen. Also ganz harmlose Wörter dürfen nicht mehr gesagt werden, ja. Ähm, und, äh, da muss man halt erstmal wieder drauf zurechtkommen. Äh, sollte jetzt aber auch kein Problem sein, das hinzukriegen. Und, äh, ja, was wollte ich sonst noch sagen? GTA-Geschichte, ach ja, grundsätzlich noch, ne. Es, ich komm immer wieder, äh, muss ich so Sachen lesen wie, ja, ich dachte, das ist hier ein Rocker-Kanal und sonst wie was. Guck mal, das ist hier kein Rocker-Kanal, ne. Äh, äh, der Kanal heißt Gengis45TV und nicht Rocker-TV oder sonst wie was. Äh, ich mach hauptsächlich natürlich darüber Content, so ein bisschen Unterwelt-Crime, ähm, äh, Interviews, ähm, und dann, äh, natürlich, äh, die ganzen Rocker-Geschichten und so weiter, aber das ist hier, das ist hier trotzdem kein Rocker-Kanal, ja. Ähm, es hat sich ein bisschen in diese Richtung hin entwickelt, äh, aber der Kanal besteht halt mehr aus mehr als nur das, ja. Ähm, und ja, deswegen, also wie nochmal, wie, wie gesagt, GTA-IP, äh, wir spielen da, äh, Cops, ja, und wollen das so ein bisschen auf, ja, Bad Boys oder Toto und Harry auf Ausländer-Edition machen, ja. Äh, wir lassen auch ab und zu mal Bad Boys-Mucke laufen, wenn wir irgendwo mit einem Verbrechen hinfahren oder so, ja. Ähm, alles auf entspannt. Und wir wollen uns trotzdem seriös halten, wenn wir dann, äh, unsere Polizeiarbeit machen, ne, da im Spiel. Aber, äh, ich sag mal, in unserem Streifenwagen und wenn wir dann unterwegs sind, äh, mein Partner Maso und ich, dann, äh, machen wir halt, was wir wollen, so, weißt du, dann, äh, geht's nochmal ein bisschen lustiger zu. Man muss nämlich sagen, die viele, viele der, äh, Cops dort auf dem Server, die sind so ein bisschen spießiger unterwegs, sag ich mal, und, ähm, äh, unsere Aufgabe ist es ja immer noch als, ist als Streamer dann auch ein bisschen Entertainment, äh, Faktor reinzubringen. Deswegen folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ähm, die ganze Zeit, wo ich nämlich jetzt hier keine Videos gebracht habe, war ich eigentlich auf Twitch unterwegs, ähm, ich heiße da genauso wie hier, ne, Cengiz44TV bei Twitch, äh, ich werde hier auch einen Link nochmal reinsetzen, ich glaube, Links sind auch in der Videobeschreibung, äh, zu dem Thema drin, ähm, bleibt mir sonst. Ich weiß noch irgendwas zu sagen, ich muss gerade mal überlegen, ähm, ja, meldet euch auf jeden Fall, äh, auf dem Server an. Dinero sagt gerne, wegen wem ihr auf dem Server drauf seid, ne, äh, wenn ihr dann die Einreise macht, vielleicht, ähm, kriegt ihr dann vielleicht den einen oder anderen Tipp, weil wenn ihr die Einreise macht, müsst ihr Fragen beantworten, ihr müsst das Regelwerk kennen, erwähnt auf jeden Fall ruhig mal, weswegen ihr auf dem Server seid, beziehungsweise, äh, dass ihr, dass ihr quasi über mich auf den Server gekommen seid. Weil, warum, ähm, dann werde ich auch mehr Möglichkeiten kriegen, für euch irgendwelche Verlosungen zu machen, ja, und ich werde dann in, im Stream in Twitch, werde ich es so machen, dass ich ab und zu mal ein paar Cases verlose an die Community, ja, und, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mir da helft, äh, und sagt, weswegen ihr da, äh, dass ihr wegen mir da eingereist seid auf dem Server, dann, äh, werden die Admins sehen, dass das da läuft, und dann bis im Gegenzug Geschenke, die ich dann an euch weitergeben kann und verteilen kann. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, hol da rein, bleibt geschmeidig, und, äh, wir sehen uns, bis dann, ciao, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020